Entwicklung. Herzlich willkommen zur neunten Podcast-Folge auf lebenslange-motivation.de. Heute stelle ich dir mein Hörbuch Mach das Beste aus deinem Leben, die Säule Menschen vor. In diesem Hörbuch geht es letztendlich darum, wie du zu einem wahren Menschenfreund wirst und warum das gut für dich ist. Beim Hörbuch sind zwei PDF-Vorlagen mit dabei. Zum einen, wie du deinen Status Quo ermittelst für die Säule Menschen und dein Ziel für die Säule Menschen. Das Hörbuch hat eine Länge von ca. 36 Minuten und kostet 4,99 Euro. Was solltest du zum Kurs mitbringen? Oder anders gefragt, was ist eine gute Voraussetzung für den Kurs? Du solltest aufgeweckt sein, hartnäckig, humorbeschädig. ��